Die Zölle könnten kommen, die Zölle kommen doch nicht, aber vielleicht kommen sie doch. Das ist heute das Thema an den Märkten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marke fürste Handelskrieg Zölle. Immer das Gleiche, man könnte das vielleicht in diesem Bild hier mal veranschaulichen. Hier sehen wir einen Esel, der hinter einer Karotte herrennt. Und so ist es bei den Investoren heute auch. Zunächst mal ein Abverkauf, vor allem beim DAX, der auf den tiefsten Stand seit Anfang November gefallen ist, weil man sich gesagt hat, die Amerikaner, die sind jetzt offenkundig mit USMCA beschäftigt. Also diesem Deal zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Lighthizer ist nach Mexiko gereist. Ja, wann sollen sie denn dann letztendlich diesen Deal mit China zu Ende bringen? Da hat sich dann die Meinung durchgesetzt, das wird nichts mehr mit dem Deal. Und die Zeit wird jetzt langsam knapp. Die Deadline ist Samstagnacht auf Sonntag. Wenn die Zölle kommen, dann schaut es finster aus. Dann ist all das, was eingepreist ist, möglicherweise wieder auszupreisen. Das war sozusagen das Thema des heutigen Vormittags. Der DAX, wie gesagt, doch stark unter Druck. Aber dann kam zunächst mal die Aussage von Wilbur Ross, der gesagt hat, naja, die USA, die ist, je länger die ganze Geschichte dauert, in einer immer besseren Verhandlungsposition. Naja, das kann man bezweifeln. Wir hatten gute Diskussionen mit China in Sachen geistigen Eigentums etc. Der Deal wird, wenn er kommt, überwiegend um Landwirtschaft und Handel gehen. Die wirklich schwierigen Dinge werden erstmal außen vor gelassen. Das bedeutet faktisch, es wird dann keinen Phase 2 Deal mehr geben, wenn es denn einen Phase 1 Deal geben sollte. Die Märkte haben sich das so angeschaut, haben ein bisschen erleichtert reagiert. Aber die wirkliche Erleichterung, die kam dann mit dieser Aussage, und der ist Wall Street Journal, wonach man sich verständige oder man arbeite, hartet daran, die Zölle zu verschieben. Daraufhin die Märkte wieder stark nach oben. Hurra, alles ist gut. Die Sorge, die wir heute Vormittag hatten, die war unberechtigt. Dann aber plötzlich der Auftritt von Schönredner Larry Cutlow, sonst eigentlich immer derjenige, der sagt, wir sind so, wirklich so knapp vor dem Deal. Der hat gesagt, naja, ich kann das nicht bestätigen mit der Verschiebung der Zölle. Die sind nach wie vor auf dem Tisch. Und damit hat er faktisch eigentlich dem Bericht des Wall Street Journal widersprochen. Die Märkte kurz gezuckt. Jetzt ist man unsicher, nach wie vor alles unklar. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Es ist wirklich fast schon, naja, ermüdend, immer wieder zu sehen, die Zölle kommen, die Zölle kommen nicht. Der Deal ist nahe, der Deal ist nicht nahe. So oder so, eins ist klar, es wird maximal so etwas wie einen Waffenstillstand, etwa durch Verschiebung der Zölle geben. Kein Problem ist gelöst, selbst wenn es dann diesen Phase 1 Deal geben wird. Und das ist fast ausgeschlossen bis jetzt zum Wochenende. Dann haben wir vielleicht die Verschiebung der Zölle, aber die Probleme sind die gleichen. Einen Phase 2 Deal wird es absehbar nicht geben. Was also tun, das ist die große Frage. Die Investoren sind nach wie vor davon überzeugt, dass die ganze Geschichte sich irgendwie in Luft auflösen wird. Sind alle ziemlich einseitig positioniert. Vor allem Hedgefonds sind jetzt sehr, sehr stark auf der Longseite, nachdem sie zuvor die Rallye ja verpasst hatten und dann aufspringen mussten. Das ist im Grunde die Message des heutigen Tages. Vielleicht noch ein paar Dinge jetzt vor den Notenbank-Sitzungen. Morgen ja die FED, übermorgen die EZB. Da wird man dann besonders bei der EZB auf die Haltung von Lagarde achten, die zwischendurch allerdings die Bilanzsumme auf ein neues Allzeithoch der EZB gebracht hat. Jetzt sind wir bei 4,709 Billionen Euro. Das entspricht etwa 40,7% des BIPs der Eurozone. Die FED ist bei mageren 18,9% und die Bank of Japan, naja, bei etwa stattlicheren 103,5%. Da ist also Luft nach oben noch für die EZB, vor allem für die FED. Und wir sehen, dass möglicherweise es einen Zusammenhang gibt zwischen der FED und dieser Liquidität. Die FED hat gestern zum Beispiel, als die Märkte so ein bisschen gefallen sind, deutlich weniger auch in den Repomarkt gepumpt. Also es ist das Thema Liquidität, Liquidität, Liquidität. Man fragt sich nicht, warum ist da plötzlich Stress am Repomarkt. Ein großer Kenner hat gesagt, passt auf, zum Jahresende hin wird es nochmal eine massive Knappheit am Repomarkt an Liquidität geben. Da muss die FED wahrscheinlich, um weitere Konfusionen zu vermeiden, noch stärker reingehen. Was ist da los? Sind es Hedgefonds, die überhebelt sind, die sich da verzockt haben ein Stück weit, die praktisch Staatsanleihen gekauft haben, die hinterlegt haben als Reposicherheit, dafür Cash bekommen haben, dafür wieder neue Staatsanleihen gekauft haben, die wiederum hinterlegt haben, dann mit Arbitragegeschäften zwischen den Cashmärkten und Derivaten versucht haben, da schmale Margen rauszuziehen. Ein Geschäft, das so lange gut geht, bis es irgendwann nicht mehr gut geht und am 16. September ist es nicht mehr gut gegangen. Da musste die FED dann intervenieren, denn sonst hätten wir so etwas wie LTCM, dieser Hedgefonds, der damals Ende der 90er Jahre in Schieflage geriet und dann Konfusion an den Märkten ausgelöst hat. Das ist sozusagen das Risiko, das möglicherweise in den Märkten ist, das aber noch nicht so wirklich klar ist, das nicht wirklich erkennbar ist. Der schwarze Schwan möglicherweise. Schauen wir uns mal die Entwicklung der Kurse an. Was wir hier sehen, das ist der DAX. Hier sehen wir diesen starken Abverkauf. Die Charts, meine Damen und Herren, ich vergaß es vorhin zu erwähnen, die sind von Capital.com und die zeigen, dass der DAX sogar unter die 12.900er Marke gefallen war. Tiefster Stand, wie gesagt, seit Anfang November. Da half dann ein bisschen zunächst mal der etwas besser als ein befürchteter ZEW-Index, der so ein bisschen Hoffnung verbreitete. Aber all das basiert eben auf Hoffnung. Das hat der ZEW-Chef eindeutig gesagt. Der sagte, wir sehen die Industrieproduktion weiter unter Druck. Und es ist schlichtweg nur die Hoffnung, dass es eben wieder aufwärts geht in Sachen Konsum, in Sachen Dienstleistungssektor, die zu diesem besseren Wert geführt hat. Aber es hat ein bisschen geholfen. Dann kam die Wall Street Journal Schlagzeile und Bums, es ging nach oben. Nur eine kleine rote Kerze, die jetzt nach Larry Cutlow. Aber mal sehen, wie die Wall Street dann noch agieren wird. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Der ist jetzt bei 3.100 und 36 Punkten. Hier sehen wir dieses Rauf und Runter eben auch bei den US-Märkten. Ähnliches Bild der Nasdaq 8.370. Dow Jones jetzt bei 27.900 Punkten. Also es bleibt diese Nervosität im Markt. Es bleibt so lange nervös, bis Klarheit herrscht, werden jetzt zumindest die Zölle verschoben. Wenn sie verschoben werden, gibt es dann eine Rallye oder gibt es dann Gewinnmitnahmen bei der Rumor-Sell-Effect? Auch das ist noch offen. Die Bullen sagen, es wird auf jeden Fall dann eine neue Aufwärtsbewegung geben. Andere sagen, naja, das ist ja dann sozusagen das, was die Märkte erhofft hatten. Dann können wir auch verkaufen. Das werden wir sehen. Schauen wir uns mal den Euro an. Der kann wieder leicht zulegen. Der pirscht sich so langsam nach dem Abverkauf, nach den stärkeren US-Arbeitsmarktdaten, pirscht er sich langsam wieder nach oben. 1.1088 bis hin Gold. Das bei 1.463 nach wie vor in dieser stabilen Seitwärtslage ist. Und wir sehen das amerikanische Crude Oil jetzt bei 59 Dollar. Auch mehr oder weniger auf erhöhtem Niveau in einer Seitwärtsbewegung. Also es bleibt dabei. Morgen dann neues Futter durch die Fed. Was wird sie vor allem in ihren Dotplot sagen? Also in den Erwartungen für die weitere Zinsentwicklung der einzelnen Fed-Mitglieder. Das wird wohl die entscheidende Geschichte sein. Dass die Fed die Zinsen verändert, ist eher unwahrscheinlich absehbar. Ja, man hat ja gesagt, wir werden erstmal die Füße stillhalten. Jetzt kamen die stärkeren Arbeitsmarktdaten am Freitag. Aber wir hatten zuvor noch relativ schwache ISM-Daten. Naja, das Bild ist nicht so ganz klar. Auch für die amerikanische Notenbank. Und am Donnerstagsspannung dann durch den ersten Auftritt von Lagarde. Wird sie da schwimmen, weil sie sachlich, fachlich schlichtweg nicht in den Dingen gewachsen ist? Wie kann sie auch? Sie ist Juristin, sie ist Politikerin. Jetzt, weil sie plötzlich interne Dinge wissen, kennen, die normalerweise nur eingeweihte, jahrelang geübte Notenbänker auf der Latte haben. Das wird schon eine heiße Geschichte. Dann die Wahlen in UK und dann am Freitag sozusagen der letzte Termin, wo dann eigentlich klar werden müsste, wie ist es jetzt mit den Zöllen. Das ist die Situation. Ich wünsche einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.